Ah, Sledgehammer. Wie ich heiße, weiß ich. Was ist hier los? Da hockt ein ausgeflippter Scharfschütze auf dem Dach. Der hat was gegen Telefonzellen. Ja. Mit ihm werden wir jetzt beide mal telefonieren. Auf unsere Weise. Mit wem sprechen Sie da? Neugier ist keine Zier. Vorsicht, er wird Sie abknallen. Was machen Sie denn da? Sind Sie verrückt? Das ringt Sie doch rum. Gehen Sie Zeit, komm! Gemeintes Herz! Der schießt uns! Ihr könnt jetzt zusammenfegen.